Eigentlich hab ich gar keine Lust. Ich hab gar keine Zeit für solche Sachen. Es schmeckt zu blöd. Schweizer Film? Du redest nicht im Ernst mit mir über Schweizer Film, oder? Ja? Shit, ich glaub ich hab einen Filmriss. Filmdiss. Dies. Dies. Alle Filme. Dies. Dies. Alle Filme. Shit, ich glaub ich hab einen Filmriss. Schweizer Film. Muss ich's wirklich erklären? Mein Kopf stützt sich auf die Hand am Fremdschämen. Wenn ich zwischendurch die Hand vors Maul hebe, ist es nicht, weil ich schockiert bin, ich bin angehämen. Mehr Peinlichkeiten als beim Arsch, wo ein Theater stuckt. Und die Käse von den Kindern halten sich für einen Hammerschuss. Die Geschichte durchzunehmen, die Aussichtung aller Stoss. Nach 10 Sekunden hast du die ganze Handlung geduss. Ich mach es kurz. Brück dir das Konzept ab. Wenn du einen Schweizer Film schreiben willst, musst du das Hirn abschalten. Die Alpen müssen vorkommen oder halt warten. Das könnte in einer Stadt sein, aber mit Schauspielern aus einer anderen. Lass uns mal einen Film machen. Lass uns schiessen, lass uns ficken, dass die Hosen kacken. Lass die verdammten Filmförderungs-Motherfucker aus unsere Weltsicht. Mach ein Gse. Miss in die Strassen. Lass uns zu Breakout. Ich glaub die Scheisse nöt. Bergromantik. Mich interessiert die Scheisse nöt. Ich will da nur einen Punk machen und ich weiss, es tönt leicht frustriert. Aber mich interessiert deine Meinung nöt. Shit. Ich glaub ich hab einen Filmriss. Film this. Dies. Dies. Alle Filme. Dies. Die. Alle Filme. Dies. Es kommen 6 Filme, also 2 Filme, und das nur zu, es kennen von den Befeifen drei, machen das Unmögliche wahr. Wie bei der Pyramide. Schiessen gleichzeitig aufs Schweizer Filmindustrie. Hör zu, ich mach dir gern noch ein Beispiel. Jeder einzig von den letzten 20 in Scheissfilme Nur schon, dass sie der Zukunft für gleich bleibt Schreiben und vertreiben, Mann, richtigen Schweiz weit Ja ja, schon klar, das ist eine gewagte Ansage Aber in meinem Film kannst du dich gleich 400 Mal ab Tag haben Ha, ich lach, warte nur bis ab geht Ja, ich mach einen Titeltrack nach den 400 Strafrat Nimm ein paar Tage Zeit für die Sache, klag Denk, mein Regisseur möchte ich 400 Mal abschlagen Aber lass mal sein, lass den Film abgehen Mary und Johnny, 400 Asa Shit, ich glaub ich hab einen Filmriss Film dis, 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 alle Filme Dis, dis, alle Filme Shit, ich glaub ich hab einen Filmriss Film dis, 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 alle Filme Die! Nachdem du soll bereit Zeta Beats 400 Asa Let's go.